hallo und herzlich willkommen zu brutal legend das ist das intro das spiel ist von double fein auch die machen waren von psycho naut ja das intro ist auf jeden fall besonders schon von diesem spiel da wird fein sowieso sehr geil brüttel brüttel legend also also das spiel heißt so wie es da steht ist von double fein was auch psycho nauts gemacht hat und zeit kurz habe ich auch auf meinem kanal das ding ist ich bin nicht so beziehungsweise gar nicht in dieser musik drin deswegen kann ich nichts dazu sagen ich weiß komplett gar nichts und ja das war's mehr kann ich auch dazu gar nicht sagen das ist das menü hier neues spiel dann hier continue dann hier die kapitel kann man auswählen kann hier den multiplayer und hier die option und hier die extras seht ihr das ganze ist also sehr geil gemacht wurden da schön dabei fein vielen fall gutes spiel ich erwarte einfach einen guten slasher wie man es auch nennen mag ohne jetzt die musik wertend zu beurteilen ich habe keine ahnung davon ich bin pur hip hop das sind ja gegensätze aber das spiel wird mir die musik von auf deutschland ein bisschen näher bringen moment habe ich es nicht auf deutsch ich meine ich habe es doch auf deutsch gestellt display controls hier moment muss ich das ganze noch mal auf deutsch stellen so muss ich das jedes mal wieder neu auf deutsch stellen das kann doch nicht sein naja ok hierdurch werden dann ja ich habe mir das schon mal angeschaut für die optionen und so und steuerung und so schwierigkeitsgrad nehmen wir einfach mal den ersten die maus sollte ich aus dem bildschirm nehmen ich spiele das ganze auf dem pc mit xbox controller der ist ja am besten dazu geeignet für so eine art spiele das ist ein re-release auf dem pc das ding ist das war ja ich glaube xbox exclusive das tut mir leid aber unser manager will wissen wann du uns ein neues set baust dieses stonehenge zeug ist ja ganz lustig irgendwie ironisch und retro aber hör zu eddie versteh mich nicht falsch du bist der beste ok der beste roadie der branche jeder weiß dass du alles hinkriegst und bauen kannst also vielleicht könntest du uns ja was bauen das eher unsere jüngere zielgruppe anspricht ich meine ja nur weißt du früher oder später musst auch du in der modernen welt ankommen ja selbst ich als nicht rock mensch verstehe die essenz des spiels halt dieses oldschoolige ja es ist ja auch im hiphop so dass manche sagen ja was crow macht kein rap und dass das kein heavy metal ist ja das ist das höre ich ja sogar raus ich krieg alles hin nur das nicht dass das da nicht mal ansatzweise heavy ist du hast du hier das gefühl in der falschen zeit zu leben so als hättest du früher leben sollen als die musik noch echt war in den siebzigern früher in den frühen siebzigern ich hab gesagt bleib da runter du dämliches abge ähm um den spieler ein authentisches roadie erlebnis zu verwenden kann es unumgänglich sein dass in brutal legend ich nenne es brutal legends jetzt einfach von zeit zu zeit auch kraftausdrücke verwendet ja natürlich piepen ist nicht kann doch nicht sein dass ich jedes mal die maus aus dem bildschirm holen muss scheiße naja es ist sein job als der job eines guten roadies ist andere gut aussehen zu lassen als manager quasi andere zu beschützen anderen zu helfen das zu tun wofür sie bestimmt sind ein guter roadie steht nie im rampenlicht wenn er seinen job gut macht merkt niemand dass es ihn gibt hier und da betritt er vielleicht die bühne um ein problem zu lösen dinge zu klären aber bevor jemand merkt dass er da war und was er getan hat ist er wieder weg oh da ist ein ganzes bühnenstück auf ihn gefallen krass das hat irgendwas geweckt sein blut hat irgendwas geweckt geweckt ein riesiges metallendes biest mal schauen was british legend enthält blutige und brutale szenen darunter auch verstümmelung gelegentliche ein hauptung wann immer dies aus erzählerischen gründen notwendig ist der wahrung historischer genauigkeit dient oder hammer aussieht also gut aber nur wenn es dann wirklich hammer aussieht also der humor kommt nicht zu kurz hier keine brutalität bitte das ist schwachsinn wer sollte das denn wegschalten komm schon o ledenommen und die mal zufrieden schritte die fern die 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 sind die die Was geht denn hier ab? Okay Ja Das fängt jetzt schon mal großartig an Das könnte noch nervig werden mit der Maus Ja Die Zeit ist endlich gekommen, wir dienen unserem Meister Okay Hey Hey, ich bin nicht euer Meister Nein Bist du nicht Oh Die wollen uns ans Leder Ja Ja Kacke Wir müssen zur Axt Sollte den vielleicht ausweichen Ja 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 Also A für den Axtangriff und A gedrückt halten Um Halt Die in den Angriff aufzuladen Halt Sehr logisch Haben wir auch schon den ersten erledigt Aha Da oben ist was Hey Finger weg von der Gitarre Habe sie gerade gestimmt Oh yeah Der Das ist also unser Fernangriff Mit X machen wir das Und auch das gleiche Prinzip wieder mit X Schocken wir die und Mit X gedrückt halten laden wir das ganze auf Also so Ja Nimm das Und Zack Ah Die wird rot Dann leuchtet sie und dann können wir die nicht mehr einsetzen Die wird dann zu heiß Das ist doch schon mal Äh Verteige dich mit B Okay Zack Zack So Erderschütterer Drücke Zwei Tassen die ich nicht sehe Ja geil Ähm Ah Ja Also äh A und X Ist der Erderschütterer Das ist der Erderschütterer Ja Also A und X zusammen Das war glaube ich schon fast die Grundlegende Steuerung Das ist der Erderschütter Ich bin der Erderschütter Ja das ganze fällt ja auseinander hier aber wir haben noch keine lebensanzeige also können wir uns alles leisten naja mal schauen wie es weitergeht da hängen sie ab alles sehr cool alles sehr stimmig auf jeden fall grafisch auch noch ansehbar gut ansehbar sogar finde ich also dieser look ist schon relativ gut zeitlos oder was auch immer du bist ich soll wohl glauben du wärst eine nonne dabei bist du irgendein großer hässlicher dämon also lasst das ist gut das ist gut aber auch sexy irgendwie okay da ist der kopf los damit kann man auch den aufgeladenen angriff kann man wie in allen anderen spielen den block von den gegnern einfach durchbrechen wohnen muss ich jetzt hier ach also mal sehen wie geil ist das denn dämonenmächte der dunkelheit und es unvorstellbar bösen ich bin nur ein besucher in eurer seltsamen welt die manche höllisch nennen würden aber ich gebe zu sie ist irgendwie abgelehnt oh ihr herren ekliger lederdinger und sadomaso klein also ihr typen habt echt stil die kampf nonne die war heiß sorry dass ihr tot ist aber ihr seid ja böse richtig also ist alles klar ich wusste nicht mal dass ich das kann bei eurem guten willen über komme ich denn heraus alle tot Oh. Hä 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 Na ja, die Teamangriffe sind jetzt nicht so hammer. Also, wir haben hier eine Dame erledigt und irgendwie geht es um eine Axt, um unsere Axt. Keine Ahnung. Es wird schon schief gehen. What? AXA. Lege deinen Gegner zurecht und schmettere sie auf den billigen Plätzen der endlosen Schmerzen. AXA. Okay. Hey. Okay. Ah, das ist so ein Homerun-Ding. Zack. Aha. Aha. Vier lang. Wir müssen durch die Tür, bevor... Zu spät. Sieh doch mal nach draußen. Oh. Ja, das sind echt viele. Oh. Wo sind wir hier? Im Tempel von Armagoden. Ist ein Ort uralter Macht, aber niemand kennt seinen wahren Zweck. Armagoden. Also, es wird nicht mit dem Öl ausgesprungen. Also, kann ich auch Brutal Legends sagen. Was soll ich denn hier machen? Dann gehe ich mal da in den Tempel-Dingens-Gedöns rein. Aha. Hier. Reliktjäger. Eine seltene Ränke wächst an sagenumwohnenden Orten des Landes. Spiele dieses Solo, um uralte Bauwerke und Monumente ans Licht zu bringen. Halte den rechten Trigger fest und wähle das Reliktjäger-Solo aus dem Menü. Aha. Aha. Was bringt mir das? Ach, ich mache daraus einen Wagen. Oh, lol. Oh, lol. Yeah. Ja. Ist das eine Lore? Ich nenne ihn Droidenflug. Ich zeig dir, wie er funktioniert. Also, mein Leslie. Oh, hallo. Scheint, als läuft er bereits.